SRH 940 – professioneller Referenz-Studio-Kopfhörer. Speziell für Monitoring und Mastering sowie die anspruchsvolle Klangwiedergabe. Der akkurate Frequenzgang ermöglicht einen trockenen Bass und weiche erweiterte Höhen für klare, unverfälschte Wiedergabe. Das leichte ergonomische Design und der gepolsterte Kopfbügel bieten maximalen Komfort. Abnehmbare Velour-Ohrpolster garantieren eine lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort. Das Faltbügel-Design mit um 90 Grad drehbaren Ohrmuscheln macht den SRH 940 kompakt und portable. Im Lieferumfang enthalten sind zwei abnehmbare Kabel, Spiral und Gerade, die flexible Trageoptionen und einen einfachen Austausch ermöglichen. Mit dem Bayonet-Clip lässt sich das abnehmbare Kabel sicher an der Ohrmuschel befestigen. Professioneller Referenz-Kopfhörer für Toningenieure und professionelle Musiker. Von der Marke, der Musiker seit Generationen vertrauen.